So, warte. Ja, willkommen Freunde und YouTuber und alle, die uns zuschauen. Ich habe hier zwei Sportsfreunde. Das ist der Horst Thiele aus Sachsen-Anhalt, ne? Genau. Wormsdorf, glaube ich. Ja. Und mit seinem Enkel, wie heißt du nochmal? Jerome. Jerome, den Jerome. Der ist jetzt zehn Jahre alt und der Opa ist hauptsächlich Hundezüchter, Schäferhunde, ne? Ja. Und baut jetzt für seinen Enkel einen Schlaghof. Und der hat von Friedrich Benzinger den Film gesehen und meinte, er müsste diese Tauben sich mal hier anschauen. Das hat ihn interessiert und hat die Anreise hier auf sich genommen und mich besucht und sich dann mal alle angeguckt hier mit dem Regenwasser und mit den zweimal Blufüttern. Und jetzt erzählt er selber von was er hier gesehen hat. Bitteschön. Ja, ich kann nur sagen, wir sind von den Tauben hier begeistert. Und lauter. Wir sind von den Tauben hier begeistert, sag ich mal die Tauben. Darauf gekommen sind wir eigentlich auch auf dem Video Taubenhaltung ohne Schnickschnack. Und aus diesem Grund, sag ich mal, wollten wir uns ganz gerne mal die Tauben hier beim Achim anschauen. Und ich kann nur sagen, sie sind super Tauben. Ja. Dann ist ein Sohn aus den dreimal die Acht. Der dreimal die Eins. Ja. Ja, wie gesagt, mit Sohn, ganz wenigen Mitteln sind die Tauben trotzdem in hervorragender Verfassungsleistung. Und man sieht es ja selber hier, der Meulemann-Schuchel oder die dreimal die Eins. Die sehen ja eigentlich super aus. Ja, der Jerome hat auch was von mir geschenkt bekommen. Genau, und wir können eigentlich nur sagen zum Ari, danke. Ja, ich bedanke mich auch. Für euer Vertrauen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Genau. Garantien gibt es keine. Nein, das ist wohl wahr. Ja. 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 Ja.